Okay meine Leute, Freunde, willkommen zurück zu Sailor Moon Another Story. Wir haben gelevelt und zwar nicht zu knapp, wie man sehen kann. Und ich hoffe, dass es was gebracht hat. Ernsthaft. So, das Gelaber davor kennen wir schon von der letzten Folge. Und dementsprechend skippe ich das Ganze hier einfach. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass die uns wieder so umlatschen werden. Wenn dem wirklich der Fall sein sollte. Dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Dann muss ich noch weiter leveln. Das ist Stufe 80 immer noch zu wenig. So, der letzte Kampf. Hoffentlich. So, wir machen weiter mit Feuerringen Wasserstrahl. Wir machen... Nein, nicht Wasserstrahl. Kraft des Wassers, weil es auf beide geht. Sailor Moon nutzt jetzt auf jeden Fall den Heiligen Gral. Und mit ihr versuchen wir einfach Schaden zu machen. Mal gucken. Das ist doch ein Joke. Das ist doch einfach nur ein Joke. Die, die den Schaden machen können, können ihn nicht machen. Weil die einfach direkt aus dem Leben gematcht werden. Das ist so lächerlich. Wo ist es? Da ist die Menübox. Und da griffieren sie wieder. Das ist echt ein fucking Joke. Das ist doch... Das ist echt einfach nur ein fucking Joke, was hier abläuft. Warum auch immer Sailor Moon diese Attacke nicht einsetzen kann. Das ist doch ein Joke. Also für die Attacke müssen alle am Leben sein. Ich drücke ihr ein Lebenswasser entgegen. Ihr ein Lebenswasser entgegen. So. Sie geht auf Verteidigung. Lebenswasser auf Jupiter. Sie greift einfach an. Verteidigung. Und es wird auch nichts bringen. Das hat was gebracht. Moment. Wait a moment. Verteidigung. Verteidigung. Ne. Sie nicht. Sie gibt jetzt allen... Erstmal... Waren wir es denn? Eine Menübox? Regenbogenschmerz. Tsss. So. Regenbogenschmerz. Verteidigung. Verteidigung. So. Scheinbar sind wir immer noch im Rennen. Gucken wir mal. Okay. Nichts passiert. Hier können wir nichts mit machen. Sternstrahlstaub. Okay. Kann nichts machen. Verteidigung. Wie sieht es bei ihr aus? Nichts. Gut. Ähm. Ne. Sie gibt mal allen das Ode Cologne. Sie macht einfach einen normalen Angriff. Verteidigung. Verteidigung. Kann es sein? Dass wenn die richtige Person... Also sie nicht. Moment. Wir gucken lieber erstmal. Nichts. Geht auch nicht. Dann geht sie auf Verteidigung. Nope. Nope. Dann geht sie auf Angriff. Angriff. Sie hat sowas gar nicht. Okay. Warum auch immer diese Attacken... Also... Wie bescheuert. Wir versuchen es. Das wird wehtun. Ein bisschen Glück trifft es nicht. Also die können ganz normal angreifen. Also mal gucken, ob das was... Okay. Nichts. Ach sehr schön. Das hat ja mal gefunst. Die haben halt eben auch kein festes Pattern oder dergleichen. Das nervt halt eben auch massiv. So. Sie wird einfach aus dem Leben gematcht. Das bringt also nichts. Sie kann die Menübox auf alle einsetzen. Sie kann einfach weiter angreifen. Venus kann nochmal versuchen, mit dem Schwert der Venus anzugreifen. Und sie geht in Verteidigung. Ich glaube, das wird nichts. Sage ich doch. Aber Verzauberung ist schon mal ganz gut. Mal gucken, wer von denen am meisten Schaden liefert. Schwert der Venus. Das sieht doch tatsächlich gar nicht mal so schlecht aus hier. Rode Cologne. Rode Cologne. Ähm... Okay. Du greifst weiter an. Du gehst jetzt auf Verteidigung und du auch. So. Verteidigung. Äh... Angriff. Nee, nicht Lebendwasser, sondern eine Menübox. Du versuchst wieder mit Schwert der Venus und du verteidigst. Naja, das war einfach mal ins Nichts gesetzt. Okay, ähm, gleiches Spiel. Ja gut, damit stirbt jetzt Venus wieder. Frech. Verteidigung. Lebenswasser. Äh, wir haben eine Menübox. Verteidigung. So, du könntest eigentlich schon mal... ...wieder das Ode Colonia auspacken. Du haust einfach nur drauf. Du versuchst es mit dem Schwert der Venus wieder. Ohhhh... Super. Lebenswasser. Genübox. Genübox. Verteidigung. Verteidigung. Angriff. 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 Venus schwert Verteidigung. Venus schwert Verteidigung. Höllen Donner und dann stirbt schon wieder Venus. Oh. 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 Ich hab kein Bock mehr. Oh. Ich habe echt keinen Bock mehr. Das ist einfach nur hier alles ein schlechter Joke, was hier abläuft. Was haben sich die Entwickler dabei gedacht? Ich meine, was soll das hier? Was soll das? Hier funktioniert nichts. Hier läuft nichts. Die legendäre Technik, ja super. Macht überhaupt keinen Schaden. Mit überhaupt keinen Schaden meine ich wirklich gar keinen Schaden. Das ist so lächerlich. Riesengroße Animationen und dann so LOL. Das ist so eine Verarschung. Wenn sie auf Verteidigung gehen, alles schon gut, voll toll, funktioniert ja alles super. Aber Gegenangriffe gehen einfach nicht. Es geht einfach nicht. Weil sobald man versucht, hier einen Gegenangriff zu starten, kommt Finsterdonner, bam, 800 Lebenspunkte weg. Ich bin raus. Ich habe keinen Bock mehr.